hallo leute und herzlich willkommen bei flydanidee erstmal schön dass ihr einschaltet und zwar wie ihr schon lesen könnt ankündigung ich habe schon länger keinen tuning contest gemacht aber ich dachte mir ich fange damit wieder an ich werde es jetzt wieder wöchentlich ein zweimal machen und ja ich würde sagen philippe 4 natürlich keine hack an bord und natürlich wieder mit guten gewinnspiel man kann natürlich wieder fette autos gewinnen also autos nicht direkt aber geld kann man gewinnen und alles mögliche dieses und was sie einfach tun muss ist in 13 uhr einfach reinzukommen in meinen stream einfach sagen du wirst mitspielen und dann lade ich dich hier hier ein und dann kannst du schon dabei sein und falls noch ein money glitch nicht verpassen willst mein letztes video ist ein solo money glitch kannst du gerne abchecken kannst du gerne machen und dann würde ich sagen hau rein bis sonntag um 13 uhr